Um miteinander zu interagieren, tauschen die Interaktionspartner Nachrichten miteinander aus. Das heißt, Nachrichten zwischen Objekten und Objekten und Akteuren bzw. Akteurinnen. Sehen wir uns nun gemeinsam an, welche Arten von Nachrichten hier zur Verfügung stehen. Bis jetzt haben wir immer gesagt, eine Nachricht wird durch einen Pfeil dargestellt. Wir haben uns aber nie um das Aussehen des Pfeils und insbesondere der Pfeilspitze gekümmert. Das wollen wir uns jetzt genauer ansehen, denn der Pfeil und die Pfeilspitze signalisieren die Art der Kommunikation. Hier in unserem ersten Fall haben wir eine durchgehende Linie mit einer geschlossenen Pfeilspitze. Das signalisiert eine synchrone Kommunikation. Das bedeutet, die Senderin wartet bis zur Beendigung der Interaktion, die durch die Nachricht ausgelöst wurde. Das ist so, wie wir Menschen auch miteinander kommunizieren. Sprechen mit jemandem, warten dann die Antwort. Das ging überab und wenn er oder sie abgeschlossen hat, fahren wir selbst mit unseren Interaktionen weiter fort. Das gleiche passiert auch in der Systementwicklung. Das heißt, wenn ein Objekt ein anderes aufruft, wartet es üblicherweise so lange, bis die Antwortnachricht empfangen wurde und danach wird wieder weitergearbeitet. Im Gegensatz dazu steht die asynchrone Kommunikation. Diese wird durch eine durchgehende Linie, aber einer offenen Pfeilspitze gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Nachricht ein Art Signal. Das heißt, die Senderin wartet nicht auf das Ende der Interaktion. Typischer Fall einer asynchronen Kommunikation, ein E-Mail. Das heißt, man verschickt die E-Mail-Nachricht als eine Art von Signal. Man wartet nicht, bis er oder die andere geantwortet hat und fährt fort mit seinen eigenen Arbeiten und später überprüft man das irgendwann einmal in seiner Inbox. Bei synchronen Nachrichten, habe ich schon gesagt, wartet man oft, bis die Antwortnachricht empfangen wird. Diese Antwortnachricht ist optional, kann jedoch angegeben werden und wenn sie angegeben wird, ist es eine strichlierte Linie mit einer offenen Pfeilspitze. Und die Syntax, die man dann angibt, hat eben diese Form wie hier dargestellt, wobei man zuerst den Namen des Attributs, dem der Rückgabewert zugewiesen werden soll, spezifiziert. Dann das Ist-Gleichzeichen, den Namen der Nachricht, in runden Klammern die Parameter und nach dem Doppelpunkt den Rückgabewert. Nachdem wir die grundlegenden Nachrichtenarten kennengelernt haben, wollen wir noch ganz spezielle Nachrichtenarten kennenlernen. Da hätten wir zuerst einmal die Objekterzeugung. Das bedeutet, eine Kommunikationspartnerin wird erst im Laufe der Interaktionsfolge erzeugt. Das wird durch das Schlüsselwort New dargestellt. Sehen wir uns das an einem Beispiel hier an. Wir haben ein Objekt der Klasse Professor und dieses Objekt ruft den Konstruktor der Klasse ExamDate auf und erzeugt somit ein neues Objekt von ExamDate. Das Ganze wird dargestellt, indem ich eine strichlierte Pfeillinie angebe mit einem offenen Pfeil an der Spitze. Das Ganze stellt somit die Objekterzeugung dar. Im Gegensatz dazu gibt es auch die Objektzerstörung. Das bedeutet, ein Objekt wird während der Laufzeit einer Interaktion gelöscht und das wird durch ein großes X am Ende der Lebenslinie dargestellt. Was wir hier sehen, ein X am Ende des Objekts ExamDate. Das heißt, dieses Objekt überlebt nicht die gesamte Interaktionsfolge. Weitere spezielle Nachrichten sind verlorene und gefundene Nachrichten. Bei den verlorenen Nachrichten handelt es sich um Nachrichten, die an eine unbekannte oder irrelevante Kommunikationspartnerin gesendet werden. Das heißt, meine Nachricht geht nicht an die Lebenslinie eines anderen Objekts, sondern einfach an einen schwarzen Knoten, wer oder was immer das ist. Das Gegenteil von den verlorenen Nachrichten sind gefundene Nachrichten. Das heißt, ein Objekt empfängt eine Nachricht von einer unbekannten oder irrelevanten Kommunikationspartnerin. Das heißt, egal von wem, das wird wieder aus schwarzer Knoten dargestellt, wird eine Nachricht vom betrachteten Objekt empfangen. Letztlich gibt es auch noch zeitkonsumierende Übertragung. Normalerweise wird eine Nachricht immer als waagerechter Pfeil dargestellt. Möchte ich eine Übertragung, die zeitkonsumiert darstellen, so zeichne ich diesen Pfeil in einem Winkel ein. Zusätzlich kann ich auch noch die Zeitspanne, die dabei verbraucht wird, angeben. Im Beispiel hier wären es zwei bis drei Tage, verbraucht diese zeitkonsumierende Übertragung. Mit Hilfe des UML-Sequenzdiagramms kann ich auch die Implementierung einer Operation veranschaulichen. Eine Operation hat jedoch üblicherweise auch Parameter, die übergeben werden, einen Rückgabewert oder lokale Attribute, die nur innerhalb der Funktion sichtbar sind. Diese Konzepte muss ich natürlich jetzt auch im UML-Sequenzdiagramm abbilden können. Wie mache ich das? Sehen wir uns dazu die erste Variante an. Ich definiere ein Sequenzdiagramm und in dem für Sequenzdiagramme typischen Fünfeck im linken oberen Bereich. Definiere ich zuerst, dass es sich um ein Sequenzdiagramm handelt, mit SD. Danach führe ich den Namen der Operation FUNK an und in geschwungenen Klammern gebe ich die beiden Parameter an. Jedoch hier in der für UML typischen Syntax, dass zuerst der Name des Parameters und dann der Datentyp getrennt durch einen Doppelpunkt kommt. Die lokalen Attribute X und Y definiere ich gleich hier zu Beginn des Sequenzdiagramms, wieder in der für UML spezifischen Notation. Damit habe ich ein Äquivalent geschaffen zur Operation hier im Code. Insbesondere für den Fall, dass die lokalen Attribute später initialisiert werden, kann ich auch das Konzept einer Notiz nutzen. Hier schreibe ich die Definition der Parameter in die Notiz und hänge diese Notiz an eine bestimmte Stelle im Sequenzdiagramm. Und somit gelingt es mir, genau die Position im Sequenzdiagramm anzugeben, an der die Attribute initialisiert werden. Das war's auch schon. Das sind alle Arten von Nachrichten, die wir im Sequenzdiagramm darstellen können. In der nächsten Einheit lernen wir kennen, was hinter den Begriffen Zeiteinschränkung und Zustandsinvariante steckt.